aber das ist das was ich meine man muss immer aufpassen auch von hinten weißt weil der hat hat schon einer zweimal gepuscht von hinten bombe ist afk ja das steht im spornum doch nicht ja die sind so scheiße ich hab zwar zwei getötet die von hinten pushen wollten da kommt noch einer 3 getötet die von hinten pushen wollten wollte einen töten aber der hat sich nicht töten lassen es lebt bloß noch einer weil drei hab ich grad schon getötet die sind echt schlecht gegner oder was